hey ho was für ein widerliches schmuddel wetter grad mal regnet mal nicht und was gibt es da besseres als einen schönen eintopf zu machen das machen wir heute und zwar einen gemüse hackbällchen eintopf genau und dem bereiten wir dann in der grillkotter zu nachdem mal drinnen alles vorbereitet haben attacke was in dieser folge noch kommt ist die endgültige oder der end der endgültige abschluss von der topf reinigung letztens ja und in dem topf bereiten wir es nämlich zu aber jetzt erst einmal zur übersicht mitkommen was jetzt hier noch fehlt ist das hackfleisch das liegt jetzt gerade noch in der kühlung das holen wir nachher dann raus hier im vordergrund habe ich gemüsebrühe angesetzt dann habe ich das suppen grün aus bayern und lauch zwei kartoffeln die werden wir nachher rein reiben also ein kohlrabi hat mich heute angesprungen dann haben wir ein bisschen tomatenmark der medikopter vom mc allister das kommt ins hack mit rein dann salz pfeffer paprika ist pp ein paar semmelbrösel und das öl für den topf nachher gut mein schatz ist schon wieder ganz wild drauf mitzuhelfen wunderbar die darf das dann überhaupt haut die mir den kohlrabi an die birne sag mal hast du schaden oder was ich bin nicht scharf drauf meine fresse man ja gut wir schälen jetzt das gemüse schneiden das zusammen danke jetzt habe ich kopfweh mensch wie gesagt klein schneiden und dann geht es gleich weiter tja nach leichten kommunikationsschwierigkeiten hat schatzi jetzt das hackfleisch schon vorbereitet salz pfeffer ei und ein bisschen semmelbrösel rein aber ja dann haben wir halt ein kohlrabi am marken mein gott ja sein alter denkt flexibel tja aber es hätte wesentlich besser geschmeckt ich schmeiß alles wieder zusammen zieht die handschuhe aus und geh nein mach weiter du lässt mich gar nicht ausreden ich hoffe ihr habt jetzt was zum lachen gehabt dann verwende ich halt das tomatenmark dann beim anbraten vom gemüse mit dann haben wir es auch drin punkt und ich schneide das gemüse klein dann haben wir hier jetzt alles was man noch mit rausnehmen das gemüse also das kohlrabi eine möhre drin den lauch habe ich geschnitten bis aufs grünzeug hinten dran und noch ein bisschen sellerie die zwei kartoffeln die werden wir dann noch rein reiben hackbällchen bacon das öl tomatenmark ja und unsere brühe gewürze kann ich nachher immer noch holen wenn wir sie brauchen naja schauen wir mal aber jetzt gehen wir raus in die grillkota endlich mal wieder in der kota und ja stöpfle eben wie gesagt den was man zuletzt gereinigt und neu eingebrannt haben feuerchen brennt schon warten wir noch bis die koko von macbriketts schön angefeuert sind ja da hinten stehen die zutaten und ich glaube eine schale hole ich mir noch und ja die reibe brauche ich auch noch um die kartoffeln klein zu reiben das hole ich mir jetzt alles und dann lassen wir sie noch schön anfeuern und dann geht es auch schon los ja und während da noch die kohlen durchglühen habe ich das vergnügen hier ein tätchen zu öffnen was ich bekommen habe von grillrosttipp oder grillrost.com und ich glaube ich weiß was da drin ist und es wird dann sozusagen schon fast ein hinweis aufs nächste video sein hoffentlich habe ich recht das würde mich richtig richtig freuen ja das sind diese kleinen so genannten grillschwerter also spieße schön breit drei stück an der zahl aus egelstahl sind die ja mal sehr geil abstechen werde ich damit mit sicherheit keinen außer der schöne fleischbrocken wo man dann grillen werden das wird eins der nächsten videos werden da werden die dinge mal ausprobieren austesten aber ich kann jetzt schon sagen die gefallen mir mal verdammt gut ja leute jetzt habe ich drei grillschwerter da brauche ich mein großes nirschwert nimmer rausholen und da kommt was dankeschön aber jetzt sind die kohlen immer noch nicht so weit naja dann verstehe ich mich dabei auf youtube mit videos gucken das sollte soweit schon mal reichen wir fangen jetzt erst einmal ganz gemütlich mit den bacon an bisschen öl schmeißen wir gleich unseren bacon komplett mit rein und den lassen wir jetzt richtig schön aus dauert jetzt natürlich ein bisschen bis der topf warm ist und wenn der ausgelassen ist holen wir den raus und dann geht es mit unseren hackbällchen gleich weiter so leute jetzt wären wir soweit ich würde mal sagen der bacon ist soweit schön ausgelassen ja ich habe noch ein bisschen öl mit hinein den holen wir jetzt komplett hier heraus und danach kommen gleich die hackbällchen rein und rein mit den joshis die tun wir jetzt komplett schön anbraten schatz die hast du schön gemacht wie die habe ich schön gemacht dass ich dir mal was recht machen kann die hast du zwischendurch schon ich glaube mal mit der zusatzbeleuchtung kann man es etwas besser sehen ja wie gesagt die werden jetzt gedreht und gewendet und richtig schön angebrutzelt dass wir so richtig geile hackbällchen haben boah da muss ich mich zusammenreißen dass ich die nachher nicht schon naschen tue tja leute wie hat mein schatz vorher gesagt das kann ja noch eine ganze weile dauern ja da zurecht und ist halt so lecker essen machen dauert seine zeit zumindest bei mir hackbällchen sind soweit gut die können wir raustun und dann können wir unser gemüse anbrutzeln die hackbällchen kommen übrigens ganz zum schluss wieder rein so dass sie halt dann wieder schön warm sind und ich glaube ich muss nachher noch eins probieren machen wir vorab probieren ganz genau so der letzte wird der erste sein und den verspeise ich nachher aber die sehen doch schon mal richtig geil aus oder dann können wir mit unserem gemüse anfangen das werden wir auch in zwei drei stufen machen in der ersten haue ich gleich die tomatenmark mit rein das ist ja schon fast da frittieren so viel öl wie drin ist aber das soll man jetzt recht sein das passt also ja u mal he m m m m j meine Ich glaube die muss ich jetzt weit von mir weg stellen. Lecker. Gut, ich werde jetzt Ladung für Ladung von dem Gemüse anputzeln und bei der letzten Ladung hole ich euch wieder dazu. Ja, also die zweite und letzte Ladung ist drin. Schon ein paar Minütchen. Das lasse ich jetzt wirklich noch schöner anschmoren, bevor dann das andere wieder hinzukommt, aufgefüllt wird. Und die Kartoffeln reingerieben. Genau. Soweit, so gut. Hauen wir den Rest wieder hinzu, inklusive dem Bacon. Die Schüssel werde ich schnell noch. Und dann kann man mal aufgießen. Und ich werde jetzt hier schnell die Kartoffeln in die andere Schüssel reinreiben, bevor ich mir da das Kreuz breche. Ob ich das jetzt direkt reinreibe oder erstmal hier rein, ist ja egal. So, und das restliche Stück Kartoffeln schmeiße ich nicht etwa weg. Schmeiße ich mir den Topf rein. So, zweite Kartoffel. Ja, und rein in den Topf damit. Das Ganze dauert jetzt natürlich wieder, bis das schön aufköchelt. Na ja, Flüssigkeit lasse ich auf alle Fälle noch da stehen, falls wir es nachher noch brauchen. Aber ansonsten denke ich, ist ja im Moment genügend drin. Wenn der Schatz wieder schimpft, ich hätte Suppe gemacht. Oder einige Zuschauer, wo mein Essen manchmal verunglöpfligen. Ja, Deckel drauf. Und so eine, ja, gute, gute dreiviertel Stunde lassen wir das jetzt stehen. Und dann geht's weiter. Tja, Leute, ich tue gerade alle paar Minuten aufmachen. Und umrühren. Damit mir das Zeug da unten nicht ansetzt. Vorher war schon ein ganz leichter Ansatz dran. Aber der ist jetzt komplett weg. Ich habe übrigens noch die restliche Flüssigkeit mit hinzugegeben. Naja, ein bisschen flüssig soll es ja sein. Aber die Kartoffeln haben das schön eingedickt. Kann man echt nichts sagen. Geil. Wie lang noch? Ja, zehn Minuten sowas. Viertel Stunde. Und dann können wir die Klößchen rein tun. So, Leute. Und jetzt. Lassen wir es bloß noch offen vor sich hin köcheln. Und ich schaue jetzt mal, ob das Gemüsezeug da drin schön weich ist. Und dann können wir die Kohlrabi noch ein bisschen bisschen bissfest ist der Kohlrabi noch. Aber man kann es essen. Wunderbar. Das heißt, ich tue jetzt die Hackbällchen wieder mit hinzu. Und dann können wir ein paar Minütchen essen. Wie gesagt, ich lasse den Topf jetzt offen die letzten paar Minuten. Da kann es noch ein klein wenig einreduzieren, weil der Dampf weg kann. Danach können wir endlich essen. Und Leute, ich bin stolz auf mich. Ich habe kein Hartbärchen mehr gemopst. Oh, sieht das geil aus. Lecker Schmecker. So, Leute. Schatz ist auch da. Und ich nehme es jetzt runter. Und dann tun wir essen. Ich muss bloß schnell Kämmer umstellen. Ja, das Ganze blubbert sogar noch. Ohne Feuer unten drunter. Mal einmal durchhören. Das kann jetzt wieder Kölmensch essen. So heißt es, dass... Ja, das habe ich auch die Vermutung. Aber wenn es schön heiß ist, ist es am besten. Zumindest um sich sein Gorscht zu verbrennen. So. So, nachnehmen kannst du immer noch. Vielleicht schmeckt es dir ja gar nicht. Dann bleibt mir mehr. So. Aber ich bin ja nicht doof. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen auskühlen. Und? Wenn es vielleicht einmal dieses Licht da drin auf dem Hang, wenn es nicht schmeckt. Heiß. Echt? Heiß. Heiß ist es, ja. So richtig heiß. So richtig heiß. Na schön. Wie schmeckt es? Kohlrabik. Kohlrabik. Das soll es ja auch. Und, ähm, dass sie vorher den, das Tomatenmark nicht in das Hackfleisch mit reintan hat, fand ich jetzt als Vorteil. Ich spuck das Essen nicht aus. Aber du hast mich geschimpft wie ein Sau. Ja, es war halt eine kleine Planänderung. Ich probiere jetzt bloß mal das Höschen. Schmeckt richtig lecker. Heiß ist wie Sau. Und dieses Mal auch nicht so viel vom Sellerie drin. Ja. Ist mir ja auch schon passiert. Lecker. Ja, aber zuerst hast du die Nase gerümpft, nachdem du meinen Plan erfahren hattest. Ich hab, du hast ja gar keinen gehabt. Doch. Nein. Natürlich. Nein. Natürlich. Mein Plan ist immer, kein Plan zu haben. Mhm. Eben. Nein, aber davon habe ich ja schon eine gewisse Vorstellung gehabt. Die einzige Abänderung zu meiner Vorstellung war das eben mit dem Tomatenmark und, tja, das hat sich als wacher Glücksfall erwiesen. Es ist wirklich heiß. Es ist unverschämt. Oh! Aber wirklich verdammt total lecker. Also ich habe ja schon hundertprozentige Nachmachempfehlungen gegeben, 110-prozentige, aber das gibt eine 250-prozentige Nachmachempfehlung. Leute, es dauert zwar eine Weile, bis man alles separat angebrutzelt hat, aber geil. Einfach nur geil. Ja, ich lasse es jetzt erst noch ein bisschen abkühlen und dann esse ich und, ja. Ja, dann war es das auch schon mit diesem Video. Nein, das war es noch nicht mit diesem Video. Wir machen ja nachher noch die Topfgeschichte fertig. Da hole ich euch nachher dann drinnen wieder dazu. Bis nachher. So Leute, dann beenden wir noch unsere kleine Topfkunde. Wichtig ist bei Gusseisentöpfen natürlich, dass das Essen hinterher komplett rausgeräumt wird und die gleich sauber gemacht werden. Sollte man unbedingt machen, weil durch Säure etc. im Essen kann die Patina natürlich wieder angegriffen werden und wir machen den jetzt schon noch schnell gemeinsam sauber. Da zeige ich euch das nochmal schnell. Das geht eigentlich ganz, ganz schnell. Ich sagte ja, einfach bloß der Küchenschwamm da. Dann spüle ich den einfach bloß unter warmen Wasser ab, reibe einmal drüber. Hier am Deckel fehlt sich ja sonst gar nichts. Das war es dann schon wieder. Dann nehme ich mal bloß ein Küchenpapier, reibe den einmal trocken. Lege den dann auf die Seite und wenn er dann komplett abgetrocknet ist, durchgetrocknet ist, Poren tief trocken ist, reibe ich das Ganze nochmal mit der Paste ein. Tja, und selbiges Spiel mit dem Dutch Oven selber. Also, einfach nur leicht ausreiben. Wenn man eine gute Patina drin hat, funktioniert das einwandfrei. Wenn es natürlich angebrannt ist, dann muss man härtere Geschütze aufwenden. Das Ganze mache ich meistens so ein-, zweimal. Schau, dass wirklich keine Reste mehr drin sind. Ja, und dann reibe ich den eben auch entsprechend mit dem Küchenpapier aus. Trocken reiben. Wenn sich da unten jetzt ein Rist bildet, dann weiß ich, wo der hergekommen ist. So, dann nehme ich nochmal ein frisches. Den ganzen jetzt noch kurz stehen lassen, noch komplett durchtrocknen lassen und dann kann man nochmal einreiben. Und jetzt käme auf mich. Tja, Leute, also im Video wird man das jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber hier runter, von hier bis hier, zieht sich wirklich etwas, das wie ein kleiner Riss aussieht. Naja, bestätigen kann ich es jetzt noch nicht. Sieht auf alle Fälle so aus. Man wird sehen, wenn man den jetzt noch ein paar Mal in Gebrauch hat. Naja, woher das kommt, wissen wir ja dann. Ja, auf alle Fälle wäre nach dem Einreiben dann nochmal, ist für mich persönlich dann der Topf komplett fertig, wieder einsatzbereit oder einlagerbereit. Und wer jetzt noch sagt, da war ja jetzt Öl drin, ja richtig. Aber durchs Ausspülen eben bleibt dann nicht ganz so viel zurück. Und ja, ich denke, der sollte nicht mehr ranzig werden. Wie gesagt, das Essen war verdammt lecker. Ein bisschen was haben wir noch. Das gibt es dann morgen. Und naja, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich aber ja die Grischukugel noch fertig. Das könnte ich auch noch machen. Und ja, und dann schauen wir noch die Woche, dass wir was mit den Spießen auf die Reihe kriegen. Leute, das war es dann. Wir sehen uns. Tchaikovsky.